Der Waldsee bei Vornsbach hat viel mehr zu bieten als nur Wasser und Liegewiesen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Zwischen Moorhardt und Fichtenberg liegt Vornsbach. Genau hier ist der Waldsee zu finden. Alle Standorte bei Google Maps und Infos zu den Parkmöglichkeiten gibt's wie immer bei remsmurkanal.de. An einem extrem warmen und sonnigen Morgen machte ich mich schon ganz früh auf den Weg in Richtung Vornsbach. Der riesige Parkplatz direkt am See lässt schon erahnen, dass hier besonders an den Wochenenden und in den Ferien eine Menge los ist. Schon auf dem Weg zum See begegnet man einigen Freizeitangeboten, die es in der Form wohl nur am Waldsee gibt. Eine Beachbar, ein Kiosk, ein Minigolfplatz und jede Menge Spielmöglichkeiten für Kinder. Natürlich darf auch ein Tretbootverleih nicht fehlen. Bei der Runde um den See kommt man an zahlreichen Badestellen, Umkleidekabinen und Liegewiesen vorbei. Auch an gut besuchten Tagen findet hier jeder noch ein schattiges oder sonniges Plätzchen. Drei-Urkos, ein Kiosk, ein Kiosk, ein Kiosk, ein Kiosk, ein Kiosk. Am oberen Ende des Sees befindet sich ein extra dafür ausgewiesenes Grill- und Freizeitgelände. Hier findet ihr noch mehr Spielmöglichkeiten für Kinder, Tischtennisplatten und sogar ein Beachvolleyballfeld. Ein kleiner Sandstrand mit abgetrenntem Nichtschwimmerbereich ist vor allem für unsere kleinsten der ideale Platz, um in Kontakt mit dem kühlen Wasser des Sees zu kommen. Fazit Der Waldsee bei Vornsbach gehört zu den bekanntesten Seen im Remsmo-Kreis. Das umfangreiche Freizeitangebot vor groß und klein macht ihn zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Alle unsere Ausflugsziele findet ihr übersichtlich und nach Kategorien sortiert auf unserer Homepage www.remsmo-kanal.de Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Remsmo-Kanal. Der Waldsee Der Waldsee Der Waldsee Der Waldsee Untertitelung des ZDF, 2020